Ja, herzlichen Dank für die freundliche Einführung und vor allen Dingen auch herzlichen Dank für die Einladung. Aus der, wie das manchmal so ist auf Konferenzen, aus der Diskussion hat sich für mich ergeben, dass ich sozusagen mein ursprüngliches Redemanuskript etwas modellieren muss. Ich werde, wenn es so, es kommt ohnehin zu vielen S, aber wenn ich mal eine kurze Pause mache, liegt es daran, dass ich von einem Manuskriptteil zum anderen wandern will, weil ich unter anderem Fragen, die hier in der Diskussion schon aufgeworfen wurden, mitbeantworten will. Es mir aber, und damit will ich anfangen, in der Einführung notwendig erscheint, sozusagen die Perspektive, aus der heraus ich auf das Problem der griechischen Flüchtlingskinder schaue, zu erklären, was sozusagen in gewisser Weise auch erklärt, warum ich zu welchen Schlussfolgerungen komme. Das ist sozusagen, diese intersubjektiven Überprüfbarkeiten sind ein Teil des wissenschaftlichen Arbeitsprozesses, führen aber, und das ist das eigentliche Statement, führen aber häufig zu Enttäuschungen beim Publikum, beim nicht wissenschaftlichen Publikum. Eine solche Situation haben wir ja heute schon erlebt mit der Frage, natürlich habe ich eine Meinung darüber, wie sich das deutsch-griechische Verhältnis entwickeln würde, wie es sich entwickeln sollte, wie bestimmte Fragen beantwortet werden sollten. Die sind aber nicht Gegenstand meiner wissenschaftlichen Arbeit, sondern meiner staatsbürgerlichen Position. Und deswegen werde ich mich hüten, diese Frage vom Podium aus zu beantworten. Falls Sie es aber doch wissen sollten, ich bin ja noch über den Tag hier. Das andere hat mit dem, und das ist jetzt tatsächlich auch ein wissenschaftsmethodischer Unterschied, hat was mit dem Zusammenhang von Zeitgeschichte und Zeitzeugenschaft zu tun. Die Zeitgeschichte nimmt ihren Interesse oder auch ihre Wahrnehmung in der Gesellschaft natürlich aus Fragen, die unmittelbar aus dem Miterleben der Zeitgenossen rühren, auf. Dadurch entstehen Kontroversen, neue Forschungsinhalte, aber auch Aufmerksamkeit für wissenschaftliche Publikationen entstehen eben nicht nur aus der wissenschaftlichen Brillanz bestimmter Arbeiten, sondern auch aus der Nachfrage in der Gesellschaft auf bestimmte Konfliktfelder, auf die die Zeitgeschichte Antworten geben soll. Häufig aber liegen diese Antworten woanders, als die Zeitzeugen es erwarten. Und das ist jetzt ein sehr systematisches Problem, das liegt an der unterschiedlichen Interessenlage von Zeitzeugen und Zeithistorikern. Zeitzeugen, und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, sondern will sozusagen nur auf die Differenz aufmerksam machen, haben ein starkes Interesse an der öffentlichen Repräsentation ihrer biografischen Erfahrung. Zeit-Historiker haben häufig ein starkes Interesse an der biografischen Erfahrung, aber nicht aus demselben Grund, sondern eher aus einem systematischen Erkenntnisinteresse. Dieses Erkenntnisinteresse endet aber nicht am Punkt der Repräsentation oder, manchmal noch viel schwieriger, schließt die Repräsentation zuweilen gar nicht mit ein. Sodass es durchaus möglich ist, dass man bestimmte Themen gleichzeitig bespricht und dennoch nicht gemeinsam zufrieden wird. Das ist keine Spezifik dieses Themenfeldes, sondern ist eine Spezifik der Zeitgeschichte, die dadurch entstanden ist, dass im 20. Jahrhundert die Zeitgenossen festgestellt haben, dass Elemente ihrer biografischen Erfahrung Geschichte geworden sind, obwohl sie selbst noch weiter Zeitgenossen sind. Daraus gibt es eine große Nachfrage an Zeitgeschichte. Gleichzeitig kann die Zeitgeschichte aber nicht in dieses Repräsentationsbedürfnis, das sich da beim Zeitzeugen ergibt, gleichermaßen erfüllen. Sonst kommen wir in solche Fragerunden, wie wir sie vorhin erlebt haben. Diese Fragerunden sind legitim. Ich glaube, ich kann jetzt erklären, aus welchem Wissenschaftsinteresse heraus ich mich mit den Fragen der griechischen Flüchtlingskinder beschäftigt habe. Und anschließend könnten wir dann in der Diskussion, wenn mein anderer Kollege auch noch gesprochen hat, dann im Prinzip so Wissensfragen, dafür bin ich immer gerne da, wobei man aber auch damit rechnen muss, dass man hören muss, dazu kann ich nichts sagen, weil sozusagen mein Interesse schon sehr fokussiert ist, können wir die aber austauschen. Was ich aber ganz sicher nicht kann, ist sozusagen ein abschließendes Urteil über dieses Phänomen abgeben. Wir sind Historiker, wir suchen nach Erkenntnissen, wir sind keine Richter, die Urteile fällen. Auf diesem Unterschied muss ich schlicht bestehen. Das ist in der Gesellschaft nicht immer so verbreitet, die Erwartung ist sehr hoch und deswegen, glaube ich, war es nochmal gut, das anzusprechen. Mein wissenschaftliches Interesse an den griechischen Kindern kommt ursprünglich aus einem gesellschaftspolitischen, aus der Debatte um Fremdenfeindlichkeit in Ostdeutschland, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite aus einem Forschungsinteresse, das sich mit Asyl im Nachkriegsdeutschland beschäftigt. Nicht nur in der Bundesrepublik, aber auch nicht nur in der DDR, aber in der DDR sind die griechischen Flüchtlingskinder ein sehr spezieller Fall, der einerseits deswegen so speziell ist, weil er beginnt, bevor es die DDR gibt als Staat. Die Aufnahme von griechischen Flüchtlingskindern, die eher weniger was von Freiwilligkeit als mehr was von Verordnung hatte und die in gewisser Weise, und hier ist sozusagen das Interesse des Historikers auch gefragt, die eher was mit den hierarchischen Verhältnissen im Ostblock zu tun haben, als sozusagen der Aufnahmebereitschaft der DDR-Führung damals oder der Regierung der sowjetischen Besatzungszone in den Ländern. Am Ende, das ist heute schon wunderbar angesprochen worden, am Ende gab es sozusagen ein Flüchtlingsproblem, dessen Geschichte ich hier nicht erzählen kann, und in einer sogenannten konzertierten Aktion hat sich die Sowjetunion und ihre europäischen Verbündeten dazu entschlossen, mehrere Zehntausend Flüchtlinge des Bürgerkriegs aufzunehmen und unter anderem war es die Aufgabe der DDR insbesondere oder der ostdeutschen Kommunisten in den Länderregierungen, in der SPZ und dann in der DDR. Die Zahlen sind in der DDR ein schwieriges Thema. Es handelte sich wahrscheinlich um 1.000 bis 1.300 Flüchtlingskinder. Die Zahlen sind deswegen so problematisch, weil erstens nicht systematisch gezählt wurde, durchgängig, sondern immer nach Ereignissen. Also immer wenn sozusagen politische Erfordernisse waren, wurde sozusagen nochmal durchgezählt, um wie viele Leute handelt es sich. Und in den Zwischenräumen zwischen dem Zählen hat es Bewegungen in dieser Gruppe gegeben. Es hat Abwanderungen gegeben, es hat verspätete Ankunft gegeben, es hat Bewegungen, und das ist schon angesprochen worden, die DDR war eben nicht das einzige Land, sondern es hat auch Bewegungen zwischen den Flüchtlingszentren in den verschiedenen sozialistischen Staaten gegeben, so dass wir, wenn wir von diesen ungefähr Zahlen reden, zwischen 1.000 und 1.300, müsste man sozusagen immer den Tag sagen, wer hat gezählt, wer ist in die Zählung eingenommen, und das würde ich Ihnen einfach ersparen, weil dann ist die Zeit vorbei. Es gibt aber am Ende eine Zahl, dass 1989 in der DDR circa 450 dieser ehemaligen Flüchtlingskinder, die mehrheitlich nicht nur Erwachsene, sondern in einer überwiegenden Zahl inzwischen sogar nahe dem Rentenalter sich befanden, noch in der DDR lebten. Und in dieser Spanne ist es für uns interessant gewesen, zu fragen, erstens, warum werden diese Menschen in der DDR aufgenommen, wo in der DDR doch eher ausreisen als einreisen, sozusagen das typische Migrationsverhalten war. Zweitens, auf welche Bedingungen trafen diese Menschen ganz allgemein. Und drittens, wie ist sozusagen zu erklären, dass die Zahl auf so dramatische Weise eigentlich abnimmt. Dabei ist sozusagen, dass es zu Wandlungsbewegungen kommen, nicht so sehr das Problem, sondern wenn man sich sozusagen den zweiten Grund anschaut, muss man beantworten, wie kommt es dann drittens zu dieser geringen Zahl am Ende. Wenn wir, wie ich schon sagte, wenn wir uns das in einem Verlauf ansehen, so kommt es zu dieser Aufnahmeaktion. Der Kollege Tröbst vom Leipziger Zentrum für die Geschichte Mittel- und Osteuropas hat darüber mehrere Aufsätze sehr schön recherchiert, geht davon aus, dass die ostdeutschen Behörden in aller Regel mit der Anforderung am Anfang überfordert waren. Das hatte einerseits was damit zu tun, dass die Entscheidung sehr schnell, sehr kurzfristig getroffen wurde und andererseits mit der damaligen Situation in Ostdeutschland. Die Länder der sowjetischen Besatzungszone waren die Länder, die mit einer anderen Migrationsbewegung, von den Kriegsschäden gar nicht zu reden, sondern von einer anderen Migrationsbewegung viel stärker als alle anderen deutschen Länder belastet wurden. 25% aller vertriebenen Deutschen mussten in Ostdeutschland aufgenommen werden. Dies hat in der Zeit die Behörden in einem hohen Maße belastet und bei denen häufig, gar nicht so untypisch, den Eindruck entstehen lassen, dass sie selber gar nicht in der Lage sind, irgendetwas zusätzlich noch tun zu können. Das hat zeitweise, und das ist auch das Interessante, das hat übrigens zeitweise dazu geführt, dass das nicht Bundesland, aber das damalige Land Sachsen seine Grenzen für Vertriebene geschlossen hat und das den anderen Ländern überlassen hat. Das sage ich nur sozusagen, um den Hintergrund nochmal klar zu machen. Allerdings ein Beschluss des Politbüros wird sozusagen von der Wirklichkeit nicht infrage gestellt, sondern muss umgesetzt werden. Das ist Teil sozusagen der Formen politischer Praxis in der DDR. So wurden am Anfang relativ improvisiert, insbesondere in den dann später in Bezirken aufgeteilten Territorien des Landes Sachsen, also in der Umgebung vor allen Dingen von Dresden, auch in Chemnitz, Leipzig, wurden sozusagen erste improvisierte Aufnahmeeinrichtungen geschaffen, die später in einem Heimkombinat Freies Griechenland zusammengeführt wurden, administrativ. Der Hauptaufnahmepunkt war aber in einem Gelände mit mehreren Gebäuden in Radebeul, einem Ort damals bei Dresden, heute eher von Dresden umschlossen. Dort kam es sozusagen zu einer Aufnahme, für die dabei waren vor allen Dingen die Institutionen, die sogenannten gesellschaftlichen Organisationen des entstehenden SED-Staates, die Volkssolidarität und der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund, aber auch die FDJ ganz maßgeblich damit beschäftigt, sozusagen sowohl das soziale als auch das bildungspolitische als auch das politisch-ideologische Umfeld zu sichern. Die Kinder selber waren in sehr unterschiedlichem Alter, manche waren schon im Teenager-Alter, manche waren noch sehr jung, waren in der Mehrzahl von ihren Eltern getrennt worden. Die Umstände gehören zu der Konfliktlinie, die heute schon mal kurz angesprochen wurde, die auch später hin von einigen noch mal aufgegriffen wurde. Und das war sozusagen oblag, diesen Organisationen sozusagen ein Umfeld zu schaffen, dass die Aufnahme in der DDR einem doch relativ weit entfernten Land, wir sind noch nicht im Düsendjet-Zeitalter, wo man in wenigen Stunden diese Entfernung überwindet, sondern zu dieser Zeit fuhr man durch das kriegszerstörte Europa mit Zügen und wir messen Entfernungen über Tage und Wochen, die sehr weit von ihrer Heimat entfernt untergebracht werden mussten, sprachliche Verständigungsprobleme hatten, die nicht nur daran lagen, dass sie griechisch sprachen, sondern weil auch nicht alle von ihnen griechisch sprachen, weil es waren auch nicht alles sozusagen Helene, sondern, und das ist sozusagen ein nächstes Minenfeld, sondern es waren auch, ja wie soll man sagen, ethnische Slaven, auch unter diesen Bürgerkriegsflüchtlingen, die durchaus nicht das Hochgriechische beherrschten, in ihrer Allgangssprache. Es gab sozusagen eine Vielzahl von Problemen und gleichzeitig ein politisches Umfeld, das alles andere als gesichert erschien in der SPZ-DDR. Man muss sich nochmal darauf vergegenwärtigen, das ist die Zeit der ersten Berlin-Krise, das ist die Zeit, in denen es in östlichen Nachbarländern zu politischen Umstürzen, sagen die einen, zu politischen Veränderungen, sagen die anderen, kommen. Das ist aber auch die Zeit, wo sozusagen in Westdeutschland die Entwicklung der Bundesrepublik, des Weststaates sich abzeichnet. Aus diesen Umständen lässt sich die Frage beantworten, warum Sachsen? Sachsen ist einerseits in seiner Infrastruktur relativ stabil gewesen, ist von anderen Regionen Ostdeutschlands oder der sowjetischen Besatzungszone im Vergleich weniger betroffen gewesen und andererseits sozusagen von Berlin weit genug entfernt. Das hat sozusagen späterhin, sozusagen für meine eigene Fragestellung, dann wie es zur Aufnahme kam, das hat sozusagen quasi priorizierende Wirkung. Die Auswirkung auf die Aufnahme von, die Frage kam ja von politischen Immigranten, war, dass im Prinzip das, was sozusagen an den griechischen Kindern ausprobiert wurde, späterhin in der DDR praktiziert wurde. Es ging um eine starke Kontrolle des Aufnahmeprozesses, eine möglichst nicht individuelle Aufnahme, sondern in Gruppen organisiert, auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine Zuwendung, die der sich entwickelnde staatssozialistische Sozialstaat aufbringen konnte. Das meinte das Recht auf Bildung, auf kostenlose Bildung, auf Versorgung in den Heimen, auf Berufsausbildung, das Recht auf einen Arbeitsplatz. Dies wiederum aber nicht einfach nur so. Wenn wir uns über die Entwicklung sowohl dieses Heimkombinates bis hin zur Entwicklung der griechischen Gemeinschaft von Flüchtlingskindern in der DDR anschauen, so ist klar, dass an die Bereitstellung dieser Sozialleistung immer gewisse Anforderungen gestellt wurden, die sich einerseits auf das Paradox bezogen, dass es darum ging, sozusagen seine griechische Herkunft zu pflegen, sie vorzuschreiben, dass andererseits aber die Erwartung bestand, dass man im DDR-Alltag möglichst unauffällig, möglichst assimiliert, möglichst konfliktfrei auftritt. Es gibt eine Reihe in der Geschichte des Umgangs mit diesen griechischen Jugendlichen, eine Reihe von Konfliktpunkten, die das deutlich gemacht haben. Einerseits hat zum Beispiel der 17. Juni einer ganzen Reihe Einwohnern in diesen Jugendheimen gezeigt, dass ihre Existenz in der DDR scheinbar zumindest von Teilen der DDR-Bevölkerung infrage gestellt wurde. Das hat für die SED in der Zeit nach dem 17. Juni den Effekt gehabt, dass es eine hohe emotionale Bindung an den SED-Staat bei der Mehrzahl dieser griechischen Flüchtlingskinder gegeben hat. Auf der anderen Seite ist es nicht so gewesen, dass sozusagen alle dieser griechischen Flüchtlingskinder, wie soll ich sagen, linientreue Parteigenossen gewesen wären. Es gab ein Ideal, dass in der Abteilung internationale Beziehungen, die für die Betreuung im ZK der SED, die für die Betreuung nicht nur dieser Gruppe, sondern aller sogenannten Politimmigranten in der DDR zuständig waren. Und die Griechen waren bei weitem nicht die Einzigen. Es gab später Spanier, es gab die in aller Munde befindlichen Chilenen, es gab aber auch Iraner, Türken. Aber das griechische Beispiel ist sozusagen der Modell für die Art und Weise, wie man später mit Politimmigranten in der DDR umgeht. Es wurde aber auch erwartet, dass die Wechselfälle der Parteipolitik der SED relativ bedingungslos hingenommen werden. Es sind mindestens zwei Beispiele aktenkundig, wo das nicht immer der Fall war. Der eine Fall ist die Entstalinisierung nach 1956 gewesen, wo es eine Reihe von griechischen Genossen, die durchaus auch Mitglieder der SED waren, es waren nie alle Flüchtlingskindermitglieder, aber ein signifikant großer Teil sind sozusagen den für die SED klassischen Weg Pionier, FDJ, SED, FDGB, whatsoever, gegangen. Hatten aber 1956 durchaus ein Problem mit der Entstalinisierungskampagne in der DDR. Abgesehen davon, wie halbherzig oder wie speziell die in der DDR gehandhabt wurde. Für viele von ihnen verband sich mit dem Bild Stalins eigentlich das Bild ihrer Rettung. Und das war ihnen durchaus nicht einleuchtend, wieso sozusagen jetzt über Nacht Plätze, Straßen, Statuen mit dem Namen, mit dem Konterfall, das Generalissimo verschwanden. Und es kostete die verantwortlichen SED-Funktionäre einige Mühe, diese Genossen zu beruhigen, dass die DDR nicht auf einem reformistischen Weg sich befand. Ein zweites Ereignis, was aktenkundig geworden ist, hat mit den sich abzeichnenden Konflikten in der griechischen kommunistischen Partei zu tun, die wir heute kennen. Diese Konflikte haben durchaus in einen Teil der inzwischen erwachsenen gewordenen Gruppe abgefärbt. Dabei ist die Eindeutigkeit, wie die Auseinandersetzung in Griechenland und auch in Moskau geführt wurden, in der DDR nicht ganz so gewesen. Die Entscheidung, welcher Gruppierungen zugeordnet wurden, war nicht immer politischer Natur. Und das ist sozusagen eine gewisse Spezialität, sondern sie waren häufig familiengebunden. Wer zum Beispiel ebenfalls geflüchtete Verwandte in Rumänien hatte, stand bei der SED ganz grundsätzlich in dem Verdacht, zu dem Auslandsflügel der Partei zu gehören. Diese Praxis deutet auf eine Merkwürdigkeit hin, die sich immer wieder findet. Es ist zwar so gewesen, dass die Aufnahme unter dem ideologischen Dogma des Internationalismus stattfand, dass es aber in der Praxis im Umgang mit diesen politischen, letztendlich doch politischen Flüchtlingen, immer wieder nationalistisch und durchaus auch chauvinistisch gefärbte Attitüden gab. Man sollte sozusagen eigentlich immer während einer Grieche sein, aber andererseits eigentlich auch ein vorbildlicher DDR-Bürger. Mit diesem Paradox sind ebenfalls immer wieder eine Reihe von diesen Flüchtlingen, ehemaligen Flüchtlingskindern oder wie sie später genannt wurden, heimatlosen Griechen, nicht zurechtgekommen. Es gibt immer wieder Fälle, dass junge Teenager doch eher fasziniert waren vom Rackenroll in West-Berlin und durchaus für die Abteilung internationale Verbindung ein Vorkommendes darstellten, dass überhaupt Kontakte in andere Länder über die Grenzen des eisernen Vorhangs den Verdacht der Abtrünnigkeit erzeugten, sodass sich etwas dabei herauskristallisierte, was wir auch bei allen Gruppen von Politimmigranten in der DDR finden. Es gibt eine merkwürdige doppelte Identität dieser Menschen. Eine Identität, die sie einerseits politisch stark an die DDR bannt durch ihr Migrationsschicksal, die aber die Besonderheit dieses Schicksals nicht repräsentiert sah in ihrem Leben in der DDR. Es hat einen Hauptausdruck dessen war, dass es durchaus im Rahmen der von der SED vorgegebenen sowohl Bildungsplänen als auch politischen Plänen ein vielfältiges Veranstaltungsleben, auch ein kulturelles Leben gab. Was es aber nicht gab, war eine Vertretung dieser Migranten. Und das ist ein typisches Kennzeichen des Umgangs mit Migranten, was über die Politimmigranten hinausreicht. Es war zwar möglich, und das trifft auch andere Bereiche zu, deswegen führe ich es nochmal hier aus, es war zwar möglich als politischer Flüchtling, als Politimmigrant, als Student, als Vertragsarbeiter, was auch immer, in die DDR zu kommen, auf unterschiedlichen Wegen, aber eins war ausgeschlossen. Dass man sozusagen mit einer selbstgebildeten Organisation quasi auf Augenhöhe gegenüber dem SED-Staat in Verhandlungen trat und dort seine Interessen verwaltet. Was immer möglich war, dass sozusagen der einzelne Genosse der einzelnen Ausländer dem SED-Staat gegenüber trat und in Verhandlungen trat. Was aber nicht möglich war, war sozusagen ein Aushandeln auf gleicher Ebene. Alle Versuche der Selbstorganisationen sind immer wieder unter dem Verdacht abweichlerischer und kontrerevolutionärer Organisationsbildung unterbunden worden. Es ist massiv Druck ausgeübt worden, dass es zwar gefördert wurde, dass es eine Gemeinschaft der Kinder gab, aber keine Organisation dieser Kinder erscheint paradox, macht uns aber verständlich, warum die Entwicklungswege dieser Menschen so unterschiedlich waren. Wir müssen uns also nicht vorstellen, dass es sozusagen ein Migrationsschicksal gab, das sozusagen 1948, 1949 begann und entweder mit der Remigration oder mit dem Verbleib in der DDR endete, sondern dass sich ein Fächer von unterschiedlichen Erfahrungen genau in dem Feld ab 1948, 1949 mit dem SED-Staat, mit der Umgebung in Ostdeutschland auftat, was dazu führte, dass es natürlich Menschen gegeben hat, die zur Zeit der offenen Grenze die DDR verlassen haben. Es hat Menschen gegeben, die haben einfach auch Teile ihrer Familie gesucht, die in anderen sozialistischen Ländern gelebt hat und Drang auf Familienzusammenführung. Es hat Leute gegeben, bis hin, und das ist sozusagen der Zweite, es hat Leute gegeben, die nach der Militärdiktatur wieder illegal in die DDR eingereist wurden, wo aber insbesondere von den DDR-Behörden massiv darauf geachtet wurde, weil es sozusagen Teil ihrer illegalen Legende war, dass sie eben keinen Kontakt suchen zu den Gruppen der schon aus Griechenland in den 1948, 1949 gekommenen Flüchtlingskinder. Sodass wir, wenn wir sagen, was bedeutet das sozusagen eigentlich für die DDR? Für die DDR bedeutet das etwas Ähnliches, was der Soziologe Pollack schon mal beschrieben hat, über die Spannungslinien, die die DDR-Gesellschaft zusammenhält. Einerseits gab es sozusagen einen internationalistischen Impetus, den viele Menschen auch ernst genommen haben, der für viele Leute ein hohes Maß an Identität auch bedeutete in der DDR. Auf der anderen Seite gab es ein institutionelles Misstrauen jeglicher Abweichung, auch familiäre Abweichung, dass hinter, oder besser gesagt, hinter dem immer auch die Möglichkeit bestand, dass ganz alte Vorurteile dem Fremden, dem Fremdländischen, dem Fremdenvolk wieder mobilisiert werden konnten, durchaus aus den Institutionen heraus. Das ist auch der Grund, Tröps hat in seiner Arbeit sich gefragt, warum es ist eigentlich so, dass die Griechen anders zum Beispiel als die Chilen in der Propaganda, in der internationalistischen Propaganda des SED-Staates nicht auftauchen. Oder so gut wie nicht auftauchen. Wenn wir systematisch die Quellen durchgehen, dann sehen wir immer wieder einzelne Artikel zu bestimmten Beispielen, aber sozusagen ein Thema, das sozusagen die DDR selbst repräsentiert, wie das zum Beispiel bei den chilenischen Politimmigranten war. Waren die Griechen, waren die Spanier, waren die Iraner und schon die Türken in der DDR als Politimmigranten alle überhaupt nicht? Dafür gibt es mindestens zwei Gründe. Der eine Grund ist, der liegt gar nicht bei den Griechen selber, sondern liegt da in der Frage, warum die Chilenen so herausgestellt wurden. Man muss sich sozusagen die Situation der DDR Mitte der 70er Jahre nochmal genau anschauen. Die Propaganda über die Aufnahme chilenischer Politimmigranten in der DDR ist eine Propaganda, es lohnt sich, in der DDR zu bleiben. Sie kommen aus der ganzen Welt zu uns und es ist ein Beweis dafür, dass sozusagen die DDR ein anderer Staat ist. Die Situation 1948, 49 war alles andere, als dass man dieses Argument hätte herbeiführen können, einerseits. Und andererseits hatte sich die Situation um die griechischen Bürgerkriegsflüchtlinge so heterogen entwickelt, wie ich es gesagt habe, dass sozusagen für jedes herausgestellte propagandistische Beispiele sich auch zwei Gegenbeispiele aus dem Alltag der DDR hätten finden lassen können und dass sozusagen die Nützlichkeit dieses Beispiels nicht gegeben wäre. Und die dritte haben meine Vorredner schon wunderbar formuliert. Natürlich ist sozusagen das Verhältnis der SED-Führung zum griechischen Staat insgesamt ein ambivalentes gewesen. was nicht nur was damit zu tun hat, dass sozusagen die diplomatische Anerkennung am Ende der Militärdiktatur stand. Aber dieser Fakt ist ein Synonym dafür, wie ambivalent dieses Verhältnis war. Und all solchen Bedürfnissen hatte sich auch die Darstellung und diesen wechselnden Bedürfnissen, darauf kommt es ja an, hatte sich die Darstellung von Immigranten in der DDR selber unterzuordnen. So wie es den Immigranten nicht möglich sein sollte, gegen die Entstalinisierung zu intervenieren oder in den 70er Jahren eine eigene reformistische Gruppierung in der DDR, die sich der Auslandskapé anschließt, zu bilden. So sollte es auch nicht möglich sein, dass sozusagen die propagandistischen Vorbilder in irgendeiner Weise den Bemühungen der DDR um internationale diplomatische Anerkennung im Wege standen. Und das hätten sie, weil, und das ist sozusagen der Abschluss und hier schließt sich der Kreis, weil die Auseinandersetzung um die Bürgerkriegsflüchtlinge, um die Bürgerkriegskinder in der griechischen Gesellschaft alles andere als beendet war zu diesem Zeitpunkt und wenn man sozusagen sich von offizieller DDR-Seite über die Herausstellung dieser Bürgerkriegsflüchtlinge positioniert hätte, hätte man seine Chancen auf dem diplomatischen Markt reduziert, sodass wir zu dem Schluss kommen müssen, es hat Hilfe gegeben, das hat Hilfe gegeben, die ganze Biografien beeindruckt, es ist aber immer eine Hilfe gewesen, die unter einer politischen Bedingtheit stand und das konnte im Extremfall, diese Beispiele auch geben, im Extremfall, wenn man sich in dieses Passepartout nicht einfügen wollte, konnte dies auch die Ausweisung aus der DDR bedeuten. Und wenn wir nachher darüber diskutieren, was sozusagen alles möglich ist, würde ich Sie nur nochmal auffordern, diese breiten Fächer mit einzubeziehen und eher zu überlegen, wo passt meine Biografie hinein, als zu fragen, warum haben Sie eigentlich den Aspekt meiner Biografie nicht mit aufgenommen. Herzlichen Dank. Applaus 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 Applaus